Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour und wir spielen den wundervollen Platz TPC Sawgrass und zwar in einem speziellen Wettbewerb der nennt sich Skin und da heißt es an jedem Loch habt ihr die Möglichkeit im Lochspiel 25.000 Dollar zu gewinnen wenn es keiner gewinnt geht das ganze oder bleibt in der Börse und am nächsten Loch habt ihr dann die Option auf 50.000 so aber dazu muss man das Loch gewinnen und wir versuchen es zu gewinnen gegen Barbara Watson, Brooks Koepka und Abraham Anza und im Moment liegen wir bei 50.000 und Barbara Watson hat uns doch tatsächlich die Börse an der 9 weggeschnappt durch ein Hole Out durch ein Igel und das obwohl wir wenige Inches mit unserem dritten am Loch lagen das war eigentlich ein sicheres Birdie und da hat uns doch tatsächlich Barbara Watson dann noch die Börse weggeschnappt. So wir sind an der 10 TPC Sawgrass wunderschöner Platz von Pidei das ist der Haus und Hofplatz in Florida von der PGA wo auch immer dann das Players stattfindet ein paar vier mit 425 Yards auch hier heißt es einfach nur den Ball gut ablegen möglichst eigentlich eher auf der linken Seite damit wir dann einen guten Schlag hier Richtung Fahne spielen können so also gerade Schlag nichts besonderes dann wünsche ich uns weiterhin ein schönes Spiel an dieser Stelle so geht ein bisschen und damit in den Bunker ok ja da sollte eigentlich kein Trauer dabei sein aber er hat die Kurve gemacht so als nächstes sehen wir Bruce Köpker im Abschlag und er hat auch den Driver in der Hand startet natürlich viel weiter rechts und kommt auch mit einem leichten Draw aus Ferry das ist ein gerader Drive das war eigentlich das was ich machen wollte 2nd shot now at the 10th at again Frank accuracy is at a premium yeah gone are the days to sort of thrash it out of the trees like Phil Mickelson ideally coming out of that fair weight you're hitting to a green that moves to the right so that makes it a little bit more difficult than what the mind's eye first sees so da haben wir die Fahne ganz hinten rechts das ist natürlich eine wirklich schwierige Fahnenposition wenn man dann die Fahne direkt anspielt muss natürlich die Länge stimmen und Bruce Köpker hat uns gezeigt jetzt müssen wir uns bedank machen dann wird sich zeigen ob das reicht oder ob das nicht reicht ja der ist auch wieder ein bisschen links also insofern kein Problem was den Bunker angeht ja ja du dürftest jetzt aber gerne liegen bleiben Dankeschön ja da müssen wir über diesen Rücken spielen ok aber von der Länge ist es dann also erstmal bergauf und dann rollt er den Berg runter das heißt eigentlich ok was schlägt er mir denn vor schlägt er mir gar nichts vor keine Linie aha interessant ja dann müssen wir das halt dann doch von Hand machen also wenn das alles hier so stimmt wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin doch es geht nach rechts ok aha da ist sie plötzlich ok sehr schön jetzt müssen wir wieder gucken wegen der wegen dem Radius dass das hier ungefähr dieselbe Länge ist gut so jetzt geht es den Buckel runter ja der dürfte dicht am Loch liegen 2 Fuß ok und wenn du denkst von der Distanz Chancen zu machen oder almost none so zu garantieren 2 putt gut 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 Schau, wie schnell das war. Es war sehr schwierig, dass das zu stoppen, selbst aus dem Sand zu stoppen. Und das Rennen ist direkt vorbei. Jetzt das für ein Bordi an 10. Es muss nur, dass das Ball angefangen wird und es wird zurück nach rechts und nach den Hohen arbeiten. Komm, komm, komm rein. Ja, dann ist wenigstens die Börse geteilt. So, da ich kein Bordi mehr spielen kann und Anser kein Bordi. Und das ist das, was der Start der Börse, insbesondere auf einen Sunday, das ist so ein Pivotal zu starten. Das ist eine große Bordi von Sand auf der Seite. Manchmal kann man die Börse geteilt mit der T-schot. Aber wirklich, es ist die zweite Schot. Wenn man das Par 5-2 kann, ist es ein sehr narrowes Green. Das Layup ist eigentlich eine gewisse Layup, Rich, weil man das Ball zu der Seite ist, wie ein Zig-Zag approach. Ja, man hat es vielleicht im Überflug gesehen. Dafür sind die Plätze hier in Florida auch bekannt, teilweise. Alligatoren. Da kann es auch schon mal passieren, dass euch einer auf dem Fairway entgegenkommt. Oder was es auch schon gab, dass die natürlich dann am Rand, am Ufer liegen und die Spieler dann wenige Meter an den Tieren vorbeigehen. Die sind aber relativ entspannt, weil die das ja mittlerweile gewohnt sind. dass hier eben Menschen vorbeikommen. So, auch hier gibt es eigentlich nichts Besonderes zu machen. Einfach ein gerader Schlag, denn mit dem zweiten werden wir ja sowieso kaum aufs Grün kommen. Also versuchen wir den einfach nur ganz normal hier Mitte Fairway zu platzieren. Ja, mit dem Schlag können wir zufrieden sein, der ist so geflogen, wie ich mir das gedacht habe. Das passt. Aber die Schwierigkeit ist ja auch nicht der Drive. Die Schwierigkeit ist der zweite bzw. dritte Schlag. Das ist ein guter T-Shot, aber das ist ein langer, langer Weg zu diesem Par5. Ja, 250 Yards. Ja, das war wieder... Ja, das haben wir schon beobachtet, dass Abraham Ernst sehr häufig das Holz 3 nimmt und nicht den Driver. Aber wie auch schon hier gerade der Kommentator gesagt hat, es ist eigentlich auch nicht notwendig, weil man hier sowieso mit dem dritten, oder weil man hier sowieso erst mit dem dritten angreifen kann. Mit dem zweiten aufs Grün zu kommen ist hier dann schon anspruchsvoll. Aber was macht er? Direkt in die Alligatoren. Okay. So, also genau, deswegen schlagen wir den einfach hier her. Das sollte kein Problem sein. Eisen 5, Eisen Dingens. Ne, da müssen wir über die Bäume. Das reicht völlig aus. So. Okay, das wird sicher von der Wasser über da. Aber es wird eine Karte über Wasser und Sand geben, um dieses 11. Grün zu erreichen. So, Baba Watson hat natürlich das Hölzchen in der Hand. Er wird es versuchen anzugreifen. Da bietet sich natürlich der Fade an, aber er spielte einen... Ja, falschrum. Doch, er spielt den Fade, aber er müsste eigentlich aus seiner Sicht den Draw spielen. So ist richtig. Muss natürlich andersrum denken als Linkshänder. Und immer noch ein schönes Pitch. Und eine gute Chance, um 4 zu Par 5 zu machen. So, 250 Yards. Also eigentlich mit dem Holz 3 zu spielen. Aber das Problem ist ja nicht übers Wasser zu kommen, sondern den Ball auf dem Grün zum Liegen zu bringen. Und das hat er natürlich fantastisch gemacht, wenn er... Ja, damit kann man leben. Damit kann man auf jeden Fall gut leben. Und das 2nd shot hier zu der Par 5, Frank, got everything out of that. Ja, es war gut. Ja, es war gut. Es war so weit so far down the fairway. Und jetzt eine sehr straight-forward 3rd shot. Gut. Ein bisschen höher anspielen, wobei ich immer das Gefühl habe, dass ich etwas kürzer bin. Ja, komm, 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 komm. Spring nach vorne. Na, schade. Ja, den hätte man dann doch auch flacher spielen können. So, er hat jetzt schon seinen 4. Da sieht man die Alligatoren im Wasser schwimmen. Sicherlich hätte man nicht im Raff oder im Semi-Raff gedroppt, sondern hätte natürlich auf dem Fairway gedroppt, damit man bessere Kontrolle über den Ball hat. Also das sind noch so Kleinigkeiten in dem Spiel. Auch vorhin der Drop vom Baba Watson an diesem Par 3. War es ein Par 3, nee ein Par 4. Auch da muss ich sagen, das war eigentlich nicht regelkonform. Und das jetzt gerade eben von Abraham Ernst, aber jetzt eigentlich nicht, ich sag mal, das würde ein Profi nicht machen. Der würde den Ball definitiv auf dem Fairway droppen, weil man kann ja dann von der Kreuzungsstelle, dort wo der Ball ins Wasser gefallen ist, von der Kreuzungsstelle auf der geraden Linie zwischen Kreuzungsstelle und Fahne kann man so weit zurücklaufen, wie man möchte. Und da würde man natürlich dann nicht im Raff oder im Semi-Raff droppen, damit man dann Gras zwischen dem Ball bekommt, sondern immer auf dem Fairway, damit man natürlich eine bessere Kontrolle hat. Also da kann man mit Sicherheit noch ein bisschen dran arbeiten. So, jetzt schauen wir mal, ob hier Texas Wedge bei mir geht. Texas Wedge, das geht ein bisschen bergab. Und ein bisschen nach, okay. Ja, zieht sofort nach links rüber. Schade, schade. Ein Spaancher zu dir überlegen. Alles gut, aber nichts zuieren für es. Das ist eine 13- BarbaraMMms. Hier ist weiter. Das ist das Terkel weg. Der ist genau das Perde, was das Problem hat meinen sagари. Das ist nichts zu uns, warader. Ja, der ist drin, für Birdie. So, das heißt, wir haben eigentlich nichts mehr mit der Börse zu tun. Nur Köpker kann jetzt dafür sorgen, dass es noch das Geld zum nächsten Loch mitgenommen wird. So, und deswegen? So, Baba Wurzen darf wieder als erster abschlagen. Er hat die Ehre, wir spielen ein Par 4. Ein kurzes Par 4, stimmt, es ist ein drivable Par 4, 339 Yards, ist eigentlich kein Thema. Das können die Jungs versuchen. Und wir haben mittlerweile 75.000 im Kastle. Aber der dürfte zu kurz sein. Ja. Und dieser wird in den Bunker, aus dem Tee. So. Ja, wie gesagt, drivable, der Wind kommt von hier. Wir werden einen geraden Schlag machen. Das scheint heute besser zu funktionieren als die Kurven. Aber aus irgendeinem Grund ist er, glaube ich, ein bisschen schon links gestartet. Und auch wir werden uns im Bunker wiederfinden. Ja, komm. Ja, das geht noch. Also vom Prinzip her ist es eine schlechte, schlechte Lage, weil wir jetzt im Gras stehen und somit deutlich über dem Ball. Das war kein guter Schlag. Und das ist jetzt auch so eine kleine Grafengeschichte da unten. Und da ist ein Dibbet und er teet den Ball tatsächlich im Dibbet auf. So. Der geht auch links. Der wird Bunker ebenfalls. So, sehr schön. Dann haben wir dreimal Bunker. Und dieser wird in den Bunker, aus dem Tee. Von dem Fahrradweg. 98 Yards remaining für seine 2. Das ist ein bisschen ein Head-Turner, das war wirklich eine Greenlight-Situation, von dieser Distanz. Und weit von der beste Schicht, die ich heute gesehen habe. Ja, mit wenig Spin. Man sieht es, der Ball rollt ein bisschen aus. Oh, I'd give that an 8 or a 9 out of 10. Been in a Fairway-Bunker and safely on the Green. You never know. Might even sneak a birdie. Ja, da will ich mal ganz kurz zu sprechen kommen, hier zu der Geschichte mit dem Update. Und was mich auch schon einige gefragt haben und in die Kommentare reingeschrieben haben. Wenn man online mit anderen spielt und das dann alles doch ein bisschen durcheinander ist. Und eben die Spielreihenfolge. Ist natürlich jetzt hier so ein Punkt, wo es natürlich sehr hilft, wenn man sieht, wie es bei den anderen läuft oder funktioniert. Dass man dann eben weiß, wie man da selbst drauf reagieren kann. Den schnell zum Liegen zu bringen. Oh ja, Approach ist ja ewig weit. Okay, wir machen da normalen vollen Schwung, kein Bunkerschlag. So. Aber vielleicht doch ein kleines bisschen höher. So, man sieht es jetzt, wie ich über dem Ball stehe. So, ich hoffe, dass er jetzt noch ein bisschen rollt. Oh, er freut sich. Ja, da wollte ich, wie gesagt, noch drauf zu sprechen kommen, dass es natürlich wichtig ist, so wie hier, dass man die Spielreihenfolge einhält. Dann kann man nämlich immer ein bisschen sehen. Oh, oh, das würde ich jetzt als klassischen Fehlschlag bezeichnen. Also, das war ein ganz schlechter Bunkerschlag. Und das hilft uns natürlich immer so ein bisschen auch einzuschätzen, wie der Wind ist oder wie die Puttlinie ist. Okay, jetzt hat er es ziemlich weit weg gedroppt. Das wäre aber, glaube ich, soweit korrekt gewesen. Nicht näher zum Loch. Ja, und es ist natürlich kein Gimmi von diesem Lengen. Es wäre ein Brüsi-Bonus zu finden, die Kuppe zu finden. Die Kuppe zu finden, die Kuppe zu finden ist, wie die Kuppe zu finden. Oh. Oh. wir hatten ein bisschen bergab deswegen ist der marker vor dem loch das heißt also ungefähr so jetzt wäre natürlich ein birdie herzallerliebst er könnte er könnte fallen so anz hat die möglichkeit zum birdie und zum teilen und dann hätte ich meine kuhle nicht und bitte sagen wir nicht böse aber das ist ein guter putt so sehr schön ja das ist jetzt wieder ein ganz besonderes par 3 das sieht man dann auch hier da ist links wo die fahne steckt da geht natürlich dann alles runter und sehr viele versuchen dann den ball eben hier rein zu spielen damit er dann hier die bahn herunterrollt das werden wir vielleicht auch versuchen mit einem eisen 5 so wir werden mit einem eisen sechs spielen reisen sieben wird zu kurz sein eisen 6 eisen 5 backspin kriegen wir eigentlich nicht drauf eisen 6 mit gegenwind wir werden es so versuchen ein bisschen weiter höher noch ansetzen damit nur wesens vom wasser weg sind weil wir haben hier heute so ein bisschen den zug nach links und kaum sage ich das ist er eher weiter rechts das heißt wird jetzt vermutlich oben liegen bleiben ja der geht jetzt hier in die kuhle und aus dem läuft aus dem grün schade das wird jetzt natürlich ein spannender pitch und zwar zum wasser runter bergab gut 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 Das ist natürlich eine geile Sicht, muss man ganz klar sagen, wenn man hier praktisch die ganze Zeit den Ball übers Wasser spielen muss, dann will man definitiv nicht zu kurz sein. Und die Fahnenposition auf der linken Seite ist natürlich halt einfach die Sonntagsfahnenposition. So, er hat es auch versucht, war aber auch ein bisschen zu weit rechts, kommt nicht runter. Der könnte es eher sein, da sieht man wie er nach links runter und rollt jetzt zum Stock. Fantastisch, sehr gut gespielt. Ja, für uns wird es jetzt schwierig, wir müssen pitchen und gleichzeitig er geht den Hang runter. Dann kriegt er ein wenig Speed. Naja, also, ne. Achso, ja, zack. Da kriegt er ein bisschen Speed. Dann muss er ein bisschen nach rechts. So, jetzt rollt er runter und müsste da unten jetzt ausrollen. Ja, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu viel. Sah lange Zeit gut aus, aber hat er nicht gebremst. Sehr gut gepattet, gut gesehen, dass er nach rechts spricht. So, Anselm kann auf jeden Fall noch das Birdie spielen und dann da die Börse einstreichen. Das ist von ca. 10 ft. Ja, da müssen wir ein bisschen bergauf spielen. Und das ist schon ein bisschen mehr als linke Lochkante. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass er... Ja, ja, das ist ein steigendes Kumpel hier. Anselm hat er gut gemacht, um par zu gewinnen. Nach einem brillanten T-Shot. Das ist für Birdie. Na gut, Anselm tut uns nicht weh. Hat noch nichts gewonnen. Anselm ist ein bisschen. Oh, Frank. Das kriegt jetzt jeder die Augen. Der 14. 481 Yards, par 4. Ja, es ist nicht nur die Länge dieses Länge. Wasser auf der links, Mounds auf der rechts. Das ist es. Du hast hier einen Backel an. Das muss doch sein, das muss dein bester Schwing sein. So, Ernst, er darf abschlagen und er nimmt wieder mal sein Hölzchen, lässt den Driver im Bag, schlägt wieder sauber gerade und ist auf dem Fairway. Man sieht es auch wieder, das Fairway fällt von rechts nach links zum Wasser hin und wir sollten wieder schauen, dass wir hier oben bleiben, damit wir dann auch den besseren Winkel ins Grün haben. So, der dürfte hoffentlich passen und ein bisschen nach links springen. Ja, das ist ein guter T-Shot da. Ich habe ein bisschen extra Runout. Das ist, wo du willst. So, Baba haut wieder drauf mit seiner Pink Lady und liegt auch hier sauber schön im Fairway und hat noch 198 Yards zum Stock. Sehr gut. Optimal ganz rechts gelandet, 198 Yards. Das war ein sehr guter Drive. So, dann als erster wieder Answer. 243 mit dem Eisen. Respekt. Der geht ein bisschen rechts weg. Aber da geht auch nichts kaputt. Und da muss er dann nochmal ein bisschen nachlegen und pitchen. So, jetzt sind wir an der Reihe und mein Caddy sagt mir, du brauchst ein Holz 3. Ei, das habe ich mir schon gedacht. Aber ein Holz 3 brauche ich nicht. Ich würde hier mit dem Eisen einfach nur versuchen, hier aufs Grün zu kommen. Denn ich gehe davon aus, dass er dann ordentlich durchrollt. Auch wenn wir etwas Gegenwind haben. Das wäre das Maximum. Ja, das müssen wir machen. Ja, das Holz ist zu weit. Das Holz ist zu weit. Wir müssen es so versuchen und schauen, dass wir ein bisschen Gas reinkriegen. Ja, ich hoffe, er springt nach links. Nee, bleibt sofort liegen in der Holzfront. Das ist enttäuschend. Ja, der ist ein bisschen arg weit links, aber das scheint zu passen. War sehr weit links ausgerichtet, aber passt. So, jetzt bin ich auf Baba Botzen gespannt, ob er den gerade spielt oder ob der den wieder mit seinem Fade. Ja, leichter Draw. Auf die Fahne zu. Sauber. Ja, jetzt wird es natürlich wieder schwer. Jetzt wird es wieder schwer zu gucken, dass man ein bisschen was von der Börse mitnimmt. So, ja, sehr guter, sehr guter Pitch-Shot. Und er rollt vorne ein bisschen nach links. Das haben wir jetzt gesehen. Das wäre jetzt so eine Sache, die wir für unser Spiel jetzt eben hier mit einbinden. Aber dazu müssten wir natürlich halt auch gerade schlagen. So, ungefähr so. Es geht auch ein bisschen hoch. Er wird bremsen. Okay. Noch ein bisschen. Ja, der bleibt einfach... Zu weit rechts. Es ist nichts wirklich auf dem Chip-Shot. Es ist einfach eine Verzweifung. Das ist für Birdie jetzt, um 14 Uhr. Ja, und über einen Puppe wie dieser, du musst wirklich auf den Fakt, du hast die Praxis gebraucht, du hast den Prozess gebraucht und du hast sicherlich gebraucht die Länge. Ja, der bricht rechts weg. Ich hatte ein bisschen mehr in den Puppen, aber er hat es da. Das ist ein ziemlich guter Effekt. So, jetzt hat es Barbara Watson wieder in der Hand. Er kann natürlich hier mit dem Birdie wieder die Börse einstreichen. Es geht bergauf. Deswegen haben wir ein gut hier hinten. Eins. Okay. Und wir müssen hoffen, dass er eben vorbeischiebt. Und dass wir dann hiermit, wenn wir das Paar spielen, eben ein bisschen die Suppe versalzen. Den habe ich schon drin gesehen. Kann natürlich auch sein, dass es dieses Problem mit dem Loch ist, dass das Loch etwas größer ist, als dass es dann wirklich vom Reinfallen ist. Also, das stand ja auch in den News drin, dass das ein Fehler war, den man geentdeckt hat, dass das Loch breiter angezeigt wird, größer angezeigt wird, als dass es nun wirklich ist. Also, ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass er genau über die Lochkante gerollt ist, aber nun gut. Der ist drin. Das war zum Tärchen. Ja, dann sollte jetzt keiner mehr hier die Chance haben, weil Baba Watson hat ja auch vorbeigeschoben. Ja, ja, und ich liege hier. Ja, das ist wieder überflüssig. Ja, jetzt muss ich auch noch mal. Nee. So, Ernst hat immer noch die Ehre und darf als erster abschlagen. Das vorige Loch hat also die 14 keiner gewonnen und somit gehen die 25 ins Kächtle und wir haben 50.000 Dollar zum Verteilen. Oh, da hat jetzt... Der hat viel Rollen. Über 50 Yards. Ja, das Problem, was heißt das Problem? Die Herausforderung ist natürlich hier jetzt ordentlich im Ferry zu landen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es da vorne einen Baum hat. Deswegen würde sich jetzt wieder hier der leichte Fade anbieten, wenn uns das diesmal gelingt. Ja, er ist links gestartet. Da kommt er auch wieder rein. Sehr gut. So, diesmal hat es mit der Kurve gut geklappt. Wir liegen auf dem Fairway auf der linken Seite. Das ist gut. Und jetzt schauen wir mal, was der nächste Spieler zu Wege bringt. Man könnte auch sagen, Baba Watson sponsert bei German Telekom. Das sieht nach Bunker aus. Ja. So, da ist ein kleines bisschen länger, glaube ich. Und da hat er die Freude im Gesicht. So, Baba Watson aus dem Bunker. Aus dem Hindernis. Und wieder haut er eher rechts. Kommt aber vorbei. Ja, da hat es wieder geknirscht. Verliert man natürlich Länge. Ja, dass der nach links springt, kommt mir ein wenig komisch vor. Also, das ist interessant. Hier sieht er aus. Also, der Köpfer war anscheinend doch kürzer. Der springt auch nach links. Okay, da ist eine Fallsfront. Jetzt sieht man es ein bisschen. Das ist natürlich jetzt der Punkt, wo wir hoffentlich ein bisschen was gelernt haben. Links ist also ganz schlecht. Eisenacht Approach. Das heißt, er wird auf jeden Fall noch ein bisschen rollen. Aber wir gucken halt, dass wir auf keinen Fall links sind, sondern eben eher rechts. So. Dann sind wir wie heisstens safe on the green. Tja, auch das ist enttäuschend. Wenn man noch nicht mal aufs Grün kommt. Aber das wäre so ein typisch fetter Schlag, das man vorher in die Erde schlägt. So, der Bugerschlag war jetzt auch nicht der Burner. Das sieht man in echt deutlich besser. Ja, schau, wie schnell das war. Sehr schwierig, dass das zu stoppen. Selbst aus dem Sand. Und das Rennen ist richtig vorbei. So, wir haben die Chance. 30-Foot-Range hier. Das ist für Birdie. Einen Bergab-Patt zu lochen. So, der sollte auf keinen Fall zu langsam sein. Aber er darf eben auch nicht zu schnell sein, weil sonst nimmt er da unten das Braid nicht an. So. Okay. Das wäre jetzt wieder die Chance, Geld zu verdienen. Komm rum, komm rum. Naja, also für mich war es nicht so unexpektive. So, jetzt wollte ich schon wieder sagen, dass man hoffentlich keiner in die Suppe spuckt. Die Börse geht an mich. So, Freunde, wir kommen jetzt auf die letzten drei Bahnen. Und das sind mit die schönsten Bahnen für mich auf der PGA. Das ist einfach fantastisch hier, diese drei Bahnen. Und die sind auch wirklich sehr, sehr knifflig. Das sind richtig tolle Final Holes, wo viel passieren kann. Besonders an der 17. Hier sollte jetzt nicht allzu viel passieren. Denn mit unserer Dreiflänge können wir ja, wie gesagt, mit dem zweiten mit Sicherheit kaum das Grün angreifen. Deswegen werden wir den versuchen, hier ganz normal Mitte Fairway, dann vorher nach links irgendwo auf die linke Seite, um dann eben mit einem Pitch hier an den Stock hoffentlich zu kommen, um uns eine Birdie-Chance zu erspielen. So, das sollte jetzt erst mal ordentlich sein und uns keinen Trouble bringen. No Problems. So sehe ich das auch. Der geht ein bisschen, aber nein, der ist auch ohne Probleme. Auch den hat Baba Watson mit seinem gelben Ball sehr gut gespielt. Den Drive. Ist natürlich vom Prinzip her auch ein klassisches Drawlock. Dass man den schön von rechts nach links reinlaufen lässt. Der könnte... Ah, bleibt interessanterweise sofort liegen. Okay. Aber ich glaube, der hat auch nur mit einem Hölzchen geschlagen, das er jetzt wieder in der Hand hat. Nein, er wechselt aufs Eisen. 275 Yards. Nein, er greift nicht das Grün an, glaube ich nicht. Nein. Auch er legt erst mal vor. Und Abraham Anza... Hat das Hölzchen in der Hand. Oh, oh, oh. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Der ist... Ja, klar. Also das machen wir auf gar keinen Fall. So. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir haben gesagt, auf die 100 Meter da, wo auch Köpker liegt. Eisen 8 ist da völlig ausreichend. Ja, ein bisschen mehr links. Jetzt zieht er auch noch ein bisschen nach links. Aber okay. Das passt schon. 115 Yards zum Loch. Anza ist auf jeden Fall schon mal aus dem Rennen. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt droppt. Oha, Baba Watson auf den Stock. Auch das wird nichts. Da trifft er höchstens einen Alligator. Das sieht wieder nach... Na? Oh, ja. Auch der sieht... Naja. Ja, ich hoffe nicht, dass das jetzt so den ganzen Tag geht. Weil der sieht schon wieder so komisch aus. So, jetzt kann man natürlich... Nee, kann man nicht. Also hinter den Stock geht nicht. Er wird auch ein bisschen runterrollen. Im Endeffekt... Okay, 50er Wedge. Er wird Spin haben. Ja. Wer wird Spin haben? Ja, versuchen wir es so. Weil 54er, das andere wäre das Pitching Wedge. Gut. Hauptsache vom Wasser weg. Und dann ist er doch wieder zu kurz. Hätte ich doch das Pitching genommen. Ja, das ist immer diese Frage, welches Eisen man nimmt. Aber wir sind safe auf dem Grün. Jetzt schauen wir mal, was Köpker macht. Er bleibt ein bisschen arg links. Aber dafür ist er pin high. Und der Ball... Ja, der spinnt richtig zurück. So, wir dürfen als erstes putten. Wir müssen leider als erstes putten. So, wir beide putten jetzt um die Börse. Weil die anderen zwei sind anscheinend raus. Ja, es geht deutlich nach oben. Es ist ein deutlicher Bergauf-Patt. So, drei. Und jetzt wieder links rüber. Und läuft übers Loch. Etwas zu flott. Etwas zu flott. Das ist ein ziemlich guter Effort. Das ist in der 30-Foot-Range hier. Das ist für Birdie. Der sieht natürlich gut aus. Okay, no problem with that. Now to maybe the most famous hole in the whole sport. It's the 17th here at the stadium course, the TPC Sawgrass. Frank, if you look at it on the card, it seems so simple. It's just 137 yards. For the best in the world, that's a pitching wedge, maybe a nine iron. And yet every year, we see nightmares galore. And that's where you have to remind yourself what can and what does happen here. I normally cut the green in half here. It's 26 yards deep. So if you just take 13 yards off the yardage, you have 124 yards to the middle of the green. That has to be your target. This is no time to be a hero. You can still have a puck for Birdie. Frank landed it on the green. It was never going to stop. No, no chance. Yeah, and you can see that here on the right side is the classic Sunday position. Man sieht also, dass der hier auf der rechten Seite natürlich runterfällt. Und ja, das passt mir überhaupt nicht. Das sieht mir wieder zu sehr nach Bunker aus. Auf der anderen Seite laufen wir natürlich Gefahr, wenn er zu weit nach rechts geht, dass er so wie jetzt gerade der Ball von Köttka, dass er eben dann doch ganz, ganz knapp wird. Also, wir haben ein bisschen Wind von hinten und der drückt uns den Ball auch etwas nach rechts. Das Neuner wird nicht zum Liegen. Kommt das zum Liegen? Es wird eh kürzer sein. Wir werden es versuchen. Ja, der geht wie gesagt ein bisschen rüber und bleibt zumindest mal auf dem grünen Liegen, denn das ist schon mal viel, viel wert. Aber war jetzt doch für mich überraschend, dass der jetzt weiter geflogen ist. So, der zieht erst mal nach rechts weg. Oh, this is right and this is big trouble. No, that just did not look right from the start. And that ball is into the hazard. Ja, wobei Abraham Anza ist für uns jetzt kein Thema. Wir sind ja auch mittlerweile an der 17, das heißt, es gibt noch 50.000. Und Bubba Watson ist interessant, vor allen Dingen, wenn seiner liegen bleibt. Okay, didn't want to risk trying to fly it to that back right hole location. So, a downhill putt coming up from the back portion of this Island Green. So, das ist die Dropzone. Und auch von hier wurden schon viele Bälle ins Wasser geschlagen. So, der sollte spinnen. Sonst kriegt er einen Kick. Das hat er jetzt ja sehr, sehr gut gemacht. So, der müsste jetzt von rechts nach links brechen. Oha. Okay. Ist natürlich ein strammer Bergab. Auf zwei Drittel. Die ersten Drittel sind noch einigermaßen gerade. Dann geht es stramm bergab. Zwei, vier, sechs. Also sieben Kästchen im Prinzip. Sieben Kästchen. Da muss er lang laufen. Das ist die Ziellinie. Zwei, vier, sechs. Okay. Okay. So, der ist flott unterwegs. Kommt er wieder rechts rüber. Jetzt wird es natürlich interessant. Für die 18. Wer dieses Loch gewinnt. Oh, die Schemen. Das ist ein Faresum. Das war in den ganzen Hohel-Way. Jetzt ist es 18. Hier ist ein TPC Sawgrass. 462-haut par 4. Frank, und noch ein Beispiel von Visual Intimidation. von der Designerin Pete Dye. Die wäden Bulkheads, die all die nach dem linken Seite des 18, geben dir eine optische Illusion. Und es gibt nicht nur einen Fairway-Bunker, der dir etwas spezifisch zu betrachten hat. Du musst auf einer dieser Strecke fixieren. Das ist nicht ein Hall, wo du nichts anderes zu schauen möchtest, als ein spezifisches Target. Und das auch noch an der 17. Das ist doch herzallerliebst. Das ist doch schön, so auf das Ende der Runde hin noch so einen Schlag gemacht zu haben. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder auf diese Spielbahn. Zu lang dürfen wir nicht sein. Das werden wir aber auch höchstwahrscheinlich nicht sein, auch wenn der Wind uns ein bisschen helfen wird. Rückenwind, denn wir dürfen auf keinen Fall hier unter die Bäume kommen. So, deswegen werden wir hier auch keine Kurve oder irgendwas spielen, sondern einfach nur einen geraden Schlag. Und dann mit versuchen, mit dem zweiten hier aufs Grün zu kommen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was Baba Watson probieren wird. Denn ihr seht es ja, die gesamte linke Seite ist Wasser. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Aber wir schauen, dass wir hier einfach mal auf dem Fairway bleiben. So, das sollte eigentlich passen. Ja, und er ist auch weit genug weg von den Bäumen, dass wir einen Schlag ins Grün haben. Mit 172 Yards können wir uns nicht beschweren. Das war das nicht. Den son so und jetzt war man jetzt bin ich mal gespannt was er riskiert 50.000 dollar stehen ja er nimmt den langen weg der langen weg da wollte es die ki mir aber noch mal richtig spannend machen so sehr schön pin position müsste meines wissens kurz links sein auf jeden fall dicht am wasser und das sieht schon wieder gefährlich aus ich glaube er hat jetzt fünf mal ins wasser geschlagen damit kann man nicht zufrieden sein so ein eisen sieben schlägt mir mein caddy vor für 172 yards der wind drückt den ball ein bisschen weg vom wasser kriegen wir den zum liegen mit dem eisen acht würden wir es da schaffen dass er ins fairway beziehungsweise reinrollt wir können natürlich das eisen sieben auch kürzer schlagen beziehungsweise höher anschlagen aufs grün ist die halbe miete wir werden versuchen ihn etwas höher anzuspielen er sollte vom wasser weg bleiben dann kommt noch ein stückchen zurück hoffe ich ja nicht viel er geht direkt auf die fahne ja ist natürlich klar baut druck auf aber von mir aus dürfte auch köpker das loch jetzt gewinnen aber dafür ist er glaube ich zu weit rechts guter pitch gute länge und auf jeden fall die möglichkeit auf ein paar jetzt geht es um die börse ok hmm Tja, den wollen wir natürlich nicht. Da müssen wir wirklich genau aufpassen. Baba Wurzen hat auf jeden Fall eine gute Birdie-Chance. Und er wird Fahrt aufnehmen. Er wird richtig Fahrt aufnehmen. Und dann kriegt er das Brake nicht mehr. So, da oben gibt es einen kleinen Grafikfehler mit den Schatten für den Bäumen. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Im Prinzip nur angetippt. Nee, der ist zu langsam. Der läuft über den Marker von Baba Wurzen. Der war viel zu langsam. Oh, das war enttäuschend. Das war sehr enttäuschend. Oder sehe ich das falsch? Liegen wir doch direkt neben dem Loch? Der geht nicht rein. Aber wir sind deutlich übers Loch. Das ist natürlich interessant. Das habe ich so überhaupt nicht gesehen. Das sind wir ja gar nicht. Ja, ja, da liegen wir beide nebeneinander. Baba Wurzen und ich. Viel knapper kann man es ja fast nicht spielen. So, da bin ich mal gespannt, ob die Börse jetzt noch geteilt wird. Und da liegt noch ein Ball im Loch. Auch so ein kleiner Grafikfehler. Nee, oder? Ja, Freunde, also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen lächerlich. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich nehme natürlich gerne diesen Sieg mit. So, das ist also der Endstand. Ja, TPC Sawgrass haben wir jetzt. Wir haben jetzt gespielt. Ein Pete-Dye-Platz, auf dem jedes Jahr das Players stattfindet. Das ist sozusagen der Platz des Headquarters auf The PGA. Und man muss jetzt natürlich sagen, in diesem Skin-Wettbewerb, wo wir ja um das Geld spielen, das ist dann schon, wenn man zu viert spielt, ziemlich langwierig, muss man einfach so sagen. Wir haben jetzt beide Videos zwei Stunden und das war jetzt ordentlich. Aber ich glaube, er wurde entschädigt mit einem Super Birdie hier auf der 17, auf dem Loch, auf der Spielbahn schlechthin, hier in TPC Sawgrass, die einfach, das einfach so bekannt ist, dieses Inselgrün. Und das war ein richtig schöner Monster-Patt, für den ich auch noch eine Trophäe bekommen habe. Aber ansonsten, muss ich sagen, war mein Spiel doch, glaube ich, ein bisschen durchwachsen. Also die Eisenschläge und so weiter waren diesmal nicht ganz so einfach. Aber am Ende, ihr seht, es hat es dann doch wohl gereicht mit, und so, das muss ich einfach so sagen, einem geschenkten Patt von Baba Watson am Schluss. Also den kann man nicht vorbeischieben, eigentlich nicht. Das ist auch so eine KI-Geschichte, was mich ein bisschen wundert. Nichtsdestoweniger, 175.000 Dollar gewonnen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob noch irgendwas hier passiert, bezüglich irgendwelchen Bonis oder irgendwelchen Statistiken. Ah ja, wir bekommen noch mal etwas für die Runde, die wir gemacht haben. Wir werden noch mal abgelaveelt. Sind jetzt 20. So, kriegen da unten auch wieder Rewards. Zwei Stück, die wir wieder verwenden können, um unseren Spieler ein bisschen zu verbessern. Nichtsdestoweniger, wir gucken mal. Advanced Green Regulation sechsmal Green Regulation zehnmal ist doch ein ganz ordentlicher Wert. Hold completed elf. Ah so, ja, weil es Lochspiel war, haben die aber trotzdem die Löcher, die wir zu Ende gespielt haben, gewertet. Okay, interessant, wichtig für ein Matchplay. Okay, SendSafe ist zwei und Birdies habe ich vier Stück gespielt. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, wo wir jetzt im Endeffekt liegen mit unserem Spieler. Das heißt, wir gehen hier noch mal zurück. Wir sind immer noch bei 75. Also das hat jetzt noch nichts gebracht. Wir müssen also da auf jeden Fall noch mal ein bisschen pushen. 78, ihr erinnert euch, wir wollen schauen, dass wir irgendwo hier bei 80, 82 liegen. Eben hier im Bereich von Ernst oder Watson, um dann eben bei uns oder endlich mal in den Karrieremodus einzusteigen. So, ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich gebe zu, es hat diesmal etwas länger gedauert. Die Videos sind etwas länger, aber es fand ich schon sehr interessant mit diesem Spiel, mit diesem Skin Mode, der uns dann ja auch wieder ein bisschen XP bringt. Ansonsten habe ich mich recht herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, wie gesagt, dass es für euch kurzweilig war. Sage Tschüss, Ciao, Cheerio, bis zum nächsten Mal und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel.